Nicht viel Spaß, das ist ja fast wie bei den Goombas damals. Bei den Goombas in, äh, ja, ne, ich muss das Spiel, glaub ich, nicht erwähnen, das kennt jeder, hoff ich. Außer... Oh ja, du bist ja feiner, ja, ja, feiner! Was macht der da? No, bro. Okay, ja, komm, was macht jetzt der Dax? Hm, hallo, Freunde, ich bin der Dax und ich schau mich nur blöd um, wenn ich beschossen werde. Warum lebt die Hacker eigentlich? Ach, natürlich, es ist, ich find's schön, wie man in diesem Spiel eigentlich alles damit belegen kann, das ist, das ist Harry Potter, das ist eine zauberhafte Welt, du musst damit leben, okay, okay, ich hab schon verstanden. Alles ist magisch, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, es ist alles verzaubert und verhext, das wissen wir doch alle. Damit, äh, muss man dann sich quasi arrangieren. Sehr, sehr charmant. Ja, wie erwähnt, nehm ich mir jetzt hier den ganzen Bohnen und Vierlefants mit, wir sind auch schon relativ reich, würde ich behaupten. Ähm, wir könnten uns alle Bildkarten und Passwörter der Welt kaufen, aber vielleicht können wir auch geile Quidditch-Ausrüstung kaufen oder was weiß ich. Gibt es hier eigentlich noch Quidditch? Das vermisse ich ja ein bisschen, oder? Die Zauberduelle, die Zauberduelle aus dem zweiten Teil war eine Sache, die ich bisher schmerzlich vermisse. Die waren sehr, sehr unterhaltsam. Muss ich, hab ich sogar, glaub ich, damals in zwei Parts komplett durchgemacht, damals. Das ist auch schon wieder lange her, das ist krass, wie lange das alles hier her ist, ey. Das, äh, das begreife ich nicht. So, das nehmen wir hier gerade mal mit. Das hab ich nämlich mir eben auch nochmal angeguckt und jetzt frage ich mich eigentlich, können wir... Ich bin ja fast... Ich bin ja fast schon interessiert, mir anzugucken, ob wir... Nein, okay, das reicht nicht. Ich dachte, für einen Moment könnten wir die Game Engine ein bisschen ausnutzen, um das eventuell hinzubekommen. Bisschen, bisschen Schese gelaufen. Aber wenn wir hier natürlich etwas ausgraben, dann fällt alles runter. Und, äh, der Brunnen der Zeit hört auf zu fließen. Oh, sehr poetisch. Ja, sag mal, wo geht's eigentlich lang jetzt hier? Da lang, oder da lang? Da lang? Hallo? Da lang? Ah, okay. Nee, kommen wir da nicht her? Es sieht ja alles so gleich aus. Ich fühle mich ein bisschen verlassen hier. Egal, wir laufen. Nein, hier waren wir definitiv noch nicht. Hallo, meine kleinen Freunde! Hallo, gib mir dein Bonbon, ne? Komm! Süßes ist schlecht für die Zähne! Ja, putzt dir mal die Zähne, mein Freund, Gnom. Ich find's witzig. Es gibt zwar keine Bluteffekte oder so, aber eigentlich müsst ihr euch vorstellen, wir werfen die gerade mit Bonbons ab, die explodieren und die verschwinden einfach. Die zerplatzen im Prinzip. Ich habe gerade eure Kindheit zerstört, aber wenn man mal drüber nachdenkt, fällt einem auf, dass das Spiel gar nicht so gewaltfrei ist. Ja, äh, uah, die Kamera macht mich gerade ein bisschen fertig. Weil ich nicht mehr sehe, wo ich hinlaufe teilweise. Habe ich dich? Ja, habe ich so beide mit einem Schlag und schon sind wir good to go und können weitergehen und werden vor Jubel auch noch mit Konfetti beworfen, was aber in diesem Fall Karies verursachende Süßigkeiten sind. Nichts gegen Süßigkeiten, das war nur so eine Feststellung. So, hauen wir das Ding hier einmal um. In dem Kessel sind natürlich auch Jellybeans. Warum auch nicht? Und da oben können wir wahrscheinlich nicht hinaus, denn hier ist irgendwo wieder ein Geheimnis. Ich sehe aber keines. Oh, was ist das denn Abgefahrenes da hinten? Seht mal oben durch diesen komischen Tor... Komischen Torbogen, so. Das ist irgendeine sehr bizarre Apparatur. 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 So, danke. Mein Leben ist eine Farce. So, tatsächlich geht es da nach oben. Hätte ich mir ja schon fast denken können. Man muss halt nur ein bisschen sich umgucken und schon geht es weiter und das ist ein Geheimnis. Und da kratze ich mir doch gerade mal am Kopf. Was ist das denn? Wissen Sie, also da oben können wir schon mal hier was machen. Es ist immer so. Irgendwo im Raum hängen sinnlos Sachen, die man anschießen muss und schon kriegt man irgendwas Geiles. Wie zum Beispiel komische Baumkuchen-Kesseltöpfe. So, also wir probieren jetzt einfach mal aus, ohne uns das großartig anzugucken. Ach so, wir haben ja eine kleine Form von Rätsel, beziehungsweise Rätsel kann man das nicht unbedingt nennen. Wir müssen das alles einfach nur richtig zuordnen. So. Ich weiß gar nicht, habe ich schon mal viele Spiele gemacht, bei denen man Rätsel lösen muss? Wenn ja, solltet ihr wissen, dass ich da drin so einer der schlechtesten Leute der Welt bin. Das ist relativ klar. So, wir haben ja einen Speyer. Einen Speyer haben wir schon mal erfolgreich aktiviert. Was heißt, wie schlecht ist der Mensch der Welt? Ich bin nicht dumm, so würde ich mich auf keinen Fall betitulieren. Aber Rätsel in Videospielen sind eben eine Stärke. Aktivieren wir doch einfach nochmal den Kürbislatten-Typ hier. Komm. So. Das war falsch rum. Na, verdammt. Na, komm. Noch einmal. Kann ich dich auch nochmal aktivieren? Danke. Oh, was mache ich denn jetzt hier gerade? Ich weiß es selbst nicht. So, die sind hier auch schön farblich abgegrenzt. Deswegen nehmen wir den hier einfach mal mit. Und wenn ich raten, beziehungsweise... Jetzt wird es interessant. Ich müsste jetzt eigentlich ein Schild kriegen. Das ist interessant, ja. Ich war kurz still, weil ich meinen Faden wiederfinden musste. Weil ich nicht mehr wusste, worum es geht. Ja. Wir haben den neunten von zehn Schildern. Das war tatsächlich ein geheimer Schild. Und jetzt können wir hier wieder rausgehen. Die Speyer sind alle fröhlich am vor sich hin vegetieren. So. Weiter geht's. In Haupttraining hier. Uns fehlt ja nur noch ein Schild. Das müsste der große sein. Soweit ich mich nicht irren würde. Komm, hier können wir aber hoch. Ah, normalerweise sollte das funktionieren. Wenn Herr Biene mal ihre blöden, plumpzigen Arme einfach mal nach oben greifen würde. Aber das scheint die gute Dame einfach nicht drauf zu haben. Ist ja auch schwer. Ich verstehe das. Und hier haben wir wieder ein ominöses Loch für einen Hasen. Den wir hoffentlich irgendwo hier finden. Schaut euch das mal an. Da kann doch jeder Mensch hoch. Springst halt hoch und hältst dich fest und ziehst dich hoch. Das ist nicht dermaßen verkehrt. Beziehungsweise dermaßen schwierig. Was allerdings auch nicht schwierig ist, ist den Dingern auf den Kopf zu hüpfen und dann machen sie dieses wunderschöne Geräusch, das echt nicht gut klingt. Möchte ich einfach nur mal festhalten. Die Wand sah mir jetzt ein bisschen... Oh mein Gott, das ist ein Irrgarten hier. Ist das richtig? Äh. Hui, okay, ich liebe ja Irrgarten. Äh, nicht. Nicht mal im Ansatz. Und mir fällt gerade mal wieder auf. Na, das erkläre ich euch, nachdem ich die Viecher getötet habe, weil... Jetzt muss ich mich ja fast schon ein bisschen konzentrieren hier, ne? Aber auch nur... Fast. Komm. Höp. Oh. Fällt übrigens gerade auf. Sehr lustig, dass meine Laune gerade in den Keller steigt, beziehungsweise nach unten geht, weil wir in so einem komischen Irrgarten sind. Das verstehe ich nicht, aber wird wahrscheinlich schon seine Richtigkeit haben. So, Spiel gespeichert und da kommt wieder unser ominöser Freund. Es ist immer alle der gleiche hier. Was passiert eigentlich, wenn wir nicht auf den Kopf springen? Weil ansonsten sagt sie ja, wir betäuben sie nur. Das hieße, wenn wir nicht auf den Kopf springen, dann überlebt er. Und wir sind einfach nur, ja, grausame Bastarde, die alles umbringen wollen. Ab so hoch. Wir schauen uns jetzt mal an, was passiert, wenn wir nichts machen. Und tatsächlich, er bleibt nur betäubt. Ja gut, dann komm. Bereiten wir dem Leiter ein Ende und holen uns auch noch wieder geile Kürbisse. Sind das jetzt eigentlich Zuckerkürbisse, oder? Könnten wir uns das nicht irgendwo angucken? Bin mir fast sicher, dass wir uns das angucken können. Ach so. Bevor ich es vergesse, jemand von euch meinte auch zu mir, dass wir jede dieser Aufgaben hier mit dem Brunnen und dem Greif machen müssen, um das Spiel zu beenden. Das ist interessant. Wir werden uns das nochmal angucken. Ich werde es ja früher oder später sowieso merken. Also macht euch da mal keinen Kopf. So. Kürbis Pasteten. Ja, Form eines Kürbisses. Okay. Und das war Kesselkuchen, nicht Baumkuchen. Okay. So, damit hätten wir das jetzt auch nochmal geklärt für meinen eigenen Segen. Ah, hier geht es weiter. Und hier haben wir den Drachen. Und an den Drachen komme ich aber nicht vorbei. Außer ich gehe vielleicht so rum. Ha! Ich habe das Spiel überlistet. Ich bin zu intelligent für die Welt. Fuck the world oder so. Und jetzt gehen wir erstmal hier. Ach, da oben ist schon wieder der ganze Kokolores. Und da oben ist auch das große Schild. Das heißt, mit anderen Worten, ihr habt es fast schon euch denken können. Und mit anderen Worten, wir können tatsächlich das Spiel beenden. Also nicht das Spiel, bei Leibe noch nicht. Beziehungsweise ich habe gar keine Ahnung, wie lange dieses Spiel geht. Aber das Spiel können wir doch nicht beenden. Wir können tatsächlich nur die Aufgabe jederzeit beenden. Beziehungsweise können wir gar nicht. Wir müssen ja mit Termine da auch nicht mit dem Drachen. Ich habe einer vergessen. Na ja, egal. Ihr merkt, wenn ich länger als 30 Minuten aufnehme, nimmt meine Gehirn-Kumulativen-Fähigkeiten ein wenig ab. Das ist nicht gut. Aber ich will das jetzt mal durchziehen. Außerdem macht es mir gerade Spaß. Also, warum nicht? Und ich habe eh nichts Besseres zu tun an einem launigen Sonnagabend. Ja, Sonnag. Vielleicht aber auch Sonntag. Man weiß es nicht. Guck mal, da ist ja Miene. Die zaubert mit ihrem komischen Holzstab durch die Gegend. Wird wir hier wieder mit unserem gefiederten Freund, ich nenne ihn jetzt einfach konsequent gefiederter Freund, auch wenn er nicht im Ansatz gefiedert ist, nenne ich ihn so, mit unserem gefiederten Freund, hasst mich dafür, durch die Gegend fliegen und Sachen aufsammeln. Bevorzugsweise natürlich. Was? Bonen. Klar. So, hier, den können wir nicht aufsammeln, ne? Den riesigen... Dieser CH-Fehler. Riesischen, gigantischen Schild. So, hier geht's weiter. Danke, lieber Herr. Jetzt können wir da wahrscheinlich hoch, ne? Ich weiß aber gar nicht, ob ich da hoch möchte. Eigentlich eher gar nicht. Bitte geh nicht durch den Schild. Geh dir nicht durch den Schild. Jetzt habe ich ein Geheimnis verpasst. Fuck. Naja, was soll's. Können wir jetzt nichts dran ändern? Und Hermine schwebt erst mal. Ja! Fantastisch. Ich kann Bohnen sammeln. Ja! Das hier ist der Bohnen-Bonus-Raum? Der Bohnen-Bonus-Raum. Sammeln so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. So, jetzt geht die Bohnen-Hatzer hier wieder weiter. Ihr kennt das ja von Harry. Der hat das auch schon mal gemacht. Oder Ron, wer auch immer von denen das war. Ich weiß es nicht mehr. Es ist aber auch nicht wichtig. Denn wir wissen ja trotzdem, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall eine Menge Bohnen, die wir uns hier alle in einem Highspeed-mäßigen Mechanismus hier zu Gemüte führen. Das ist übrigens auch eine super Sache, um seine Schüler zu belohnen, indem man ihnen so viele Süßigkeiten gibt, dass sie Diabetes bekommt, die Zähne ausfallen und sie am besten für ihr Leben lang nicht mehr eine Schule besuchen können, weil sie so hässlich geworden sind ohne Zähne, dass niemand mehr mit ihnen reden möchte. So, Kausalitätskette nennt man sowas, werte Freunde. Ja komm, es lohnt sich gar nicht hier zu pausieren. Uh, okay, okay, hier gibt es eine Menge. Oh, okay, ich mache hier eine Runde. Und keine Sorge, Freunde, wir machen hier einen kompletten Kreislauf. Und zwar nehmen wir ja alles nochmal mit. Hier so, zack, da, per, so, da, hier, nein. Falsch rum. Ah, ich drehe durch, es sind so viele Bohnen. Das ist ja wirklich super. Ich frage mich auch, woher Mini die ganze Sache verstaut. Im Unterhöschen. So eine ganze Unterhose voll mit 2000 plus Bohnen. Das ist auch eine sehr geile Sache. Ja, gehst du auf, Truhe? Beziehungsweise, ich glaube, ich muss irgendwas machen, um die Truhe aufzukriegen. Ich hatte es doch mal mit Harry, Harry Ron, irgendjemandem geschafft. Ja, das mache ich diesmal einfach nicht, um euch alle alternativen Enden der Bohnen-Razzia zu zeigen. Wir kriegen ja sowieso mehr als genug. Das liegt ja hier, liegt ja echt eine Menge rum. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass man zu wenig hat, denke ich. Wenn man die Schilder alle sammelt, dürfte man hier ganz gut rumkommen. Aber es ist eine gute, adäquate Belohnung, dass man die Schilder sammelt, muss ich sagen. Das war bei den anderen Teilen noch nicht so, dass man da motiviert wurde zu, außer um zu sagen, hey, ich habe alle gesammelt. Ich bin, äh, MLG Noroskop 420 Player. Naja, ich hatte, glaube ich, irgendwann mal einen Satz angefangen, den ich nicht zu Ende gebracht habe. Es tut mir leid, ich habe mittlerweile komplett vergessen, worum es ging. So, nein, ich wollte doch den Kesselkuchen mitnehmen. Story Time. Hermine, da bist du. Wie, was? Klasse. Ich kann jetzt Gegenstände in Drachen verwandeln. Du meinst die fliegende, brüllende, dörferabfackelnde Art von Drachen? Äh, nein. Es ist nur ein sehr kleiner, verwandelter Drache. Oh, schade. Du kannst die Aufgabe erneut lösen, wenn du möchtest, Hermine. Oder wir versuchen das später nochmal. Ähm, warum sollte ich die jetzt nochmal machen wollen? Ich weiß es nicht. Harry, äh, Harry redet mal wieder in Rätseln. Gut, so, wir haben eine weitere Ausgabe, äh, Ausgabe. Ja, wir haben eine Ausgabe der GameStar erfolgreich, äh, beendet. Vielleicht haben wir auch eine Aufgabe beendet. Zwei von drei haben wir schon hinter uns. Sag mal, ist das Spiel, wie lang ist das Spiel denn eigentlich? Das würde mich mal enorm interessieren. Und dieser Kronleuchter sieht sehr bizarr aus und sehr, äh, hier, ne? Huch. Oh, warte, 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 warte. Ich kann nicht mehr reden. Egal. Was auch jetzt. Oh, geil. Winit. Wo steckt das Stück Holz zwischen die Beine, Emily? Jetzt wird gespielt. Oh, die tosende Menge. Was darf ich jetzt machen? Es gibt sogar ein Quidditch-Spiel übrigens, separat, äh, zu diesen Spielen, wo man Quidditch-Spielen darf. Ich glaube, es war Harry Potters Quidditch-Weltmeisterschaft 2004 oder so. Ich will mal auch nicht mehr sehen. Darf ich jetzt nicht spielen? Muss ich jetzt hier Cut-Siegens zugucken, oder was? Was soll der Kokolores denn? Ich bin enttäuscht. Der Spiel da ausgezeichnet. Bis plötzlich. Was ist das denn? Also, es soll Dementoren sein. Das sieht aus wie Super-Nintendo-Sprite-See. Dementoren! Hui! Das ist aber eine ganz schöne Menge, Dementoren. Und Fifi. Fifi ist sauer. Fifi ist wirklich sauer. Ich hoffe, euch stört nicht, dass ich da dazwischen rede. Aber, ja, wenn ihr die epische Geschichte und Epilogie von Harry Potter erfahren wollt, dann schaut euch lieber den Film an. Und lest am besten das Buch. Professor Lupin bot ihm an, ihm Unterricht gegen die Dementoren zu geben. Wie ist Harry denn jetzt da weggekommen? Lepin nach Sirius Black, dem Mann, der der beste Freund seines Vaters gewesen war und James und Lily an Voldemort verraten hatte. Der Professor schien sich nur ungern darüber zu unterhalten. Wir sollten mit deinem Unterricht gegen Dementoren fortfahren, Harry. Das nimmt Harry auch einfach so hin. Ich muss sagen, die Story ist für jemanden, der den Film nicht gesehen hat, ein wenig, in Anführungszeichen, löchert. Natürlich können wir keine echten Dementoren zu tun. Also improvisieren wir mit einem Irrwicht. Der Irrwicht...